Hi Du! Ich habe gehört, Du hast ein bisschen Schlafprobleme. Ich habe das Perfekte für Dich, und zwar eine kleine ESMA-Hypnose, die Dir dabei helfen soll zu schlafen. Was sagst Du dazu? Ja, sehr gut. Exzellente Wahl. Ich habe hier meinen kleinen Mond, und ich möchte, dass Du Dich nur auf diesen Mond fixierst, wie er hin und her schwingt. Hinten und her, hinten und her. Konzentrier Dich einfach nur auf diesen Mond, und auf meine Stimme. Die Augen auf den Mond, die Ohren hören hinzu. Sehr gut. Schön drauf gucken. Lass Dich nicht ablenken. Sehr gut. Ich werde jetzt von 10 runterzählen, und jedes Mal wirst Du einen Klick hören. Immer wenn Du diesen Klick hörst, möchte ich, dass Du noch weiter Dich entspannst, bis Du eine absolute Tiefenentspannung fällst. Okay. Sehr gut. Beginnen wir den Countdown. 10. Du wirst entspannter. Du atmest tief, tief in den Bauch. Und wieder aus. Sehr gut. Sehr gut. Du hast schon ein bisschen locker gelassen. Sehr gut. 9. Du merkst, wie Du immer noch entspannter wirst. Wie Du immer, immer entspannter wirst. Lass den Stress und die Alltag sorgen. Komplett hinter Dir. Nichts von alledem existiert hier. Nur meine Stimme. Dieses Pendel. Du. Ich. Dieser Countdown. Deine Entspannung. Sehr gut. 8. Du wirst noch viel entspannter als vorher. Und merkst, wie auch die kleinen Anspannungen in Deinem Körper langsam, aber sicher entweichen. 9. Du spürst all die Anspannungen in Deinem Körper auf. Und fängst an, Dich zu entspannen. 7. Du wirst noch viel, 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 viel entspannter. Sehr gut machst Du das. Wenn Du möchtest, kannst Du Deine Augen schließen. Oder Dich weiter auf dieses Pendel fokussieren. Wie es hin und her schwingt und Dich in absolute Trommens versetzt. 6. Du wirst immer entspannter. Du spürst die Entspannung in Deinem gesamten Körper. Und sie wird noch viel mehr mit jedem Klick. Mit jedem Klick. 5. Du wirst noch entspannter. Du wirst noch entspannter. Sehr gut. Du spürst, wie jede einzelne Zelle sich entschippt. 4. Du merkst, wie du noch entspannter wirst. Noch viel, viel, viel entspannter. 3. Du merkst, dass Du noch viel entspannter bist. 4. Du merkst, dass Du noch viel entspannter wirst. Du merkst, dass du dich so entspannt hast, dass du dich nicht mehr bewegen kannst. Eins, du hast entspannt und Null, du hast den Zustand der fälligen Entspannung erreicht. Du kannst deine Augen schließen, wenn du sie nicht schon geschlossen hast und einfach nur meiner Stimme voll. Ich wünsche dir einen guten Schlaf, entspann dich, entspann dich, entspann dich, fühle die Ruhe, fühle die Ruhe in deinem Körper. Fühle sie, fühle wie sie deinen gesamten Körper durchströmt und dich hineinleitet in deinen Schlaf. Sehr gut, du merkst, merkst du, wie du immer mehr in die Entspannung fängst. Nichts kann dich aufhalten, dabei zu entspannen. Ich wünsche dir einen angenehmen Schlaf und hoffe, ich konnte dir hier mithelfen. Hab dich lieb.